Kennst du das? Du willst zum Beispiel ein spezielles Fenster deines Browsers in Zoom teilen? Du siehst aber nur den Browser an sich? Das kann man ganz leicht ändern. Moin Moin, ich bin Sebastian. Wenn du mehr über Tools und Prozesse erfahren willst, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Ich war am Anfang auch verwirrt. Ich wollte ein Fenster meines Browsers teilen und konnte es aber nicht bei Zoom auswählen. Stattdessen habe ich nur ein einziges Fenster für den kompletten Browser gesehen. Aber ich konnte kein dediziertes Einzelnes auswählen. Dann habe ich die Einstellung gefunden, die es verhindert. Du gehst in Zoom auf die Einstellungen. Auf Bildschirm freigeben. Und hier ist der Punkt Freigabe von Anwendungen. Und hier kannst du auswählen Freigabe einzelner Fenster oder auch Freigabe aller Fenster einer Anwendung. Wenn du also selbst entscheiden willst, welches Fenster genau du teilen willst, dann musst du natürlich das erste auswählen. Und das war's. Wusstest du übrigens, dass du auch PowerPoint-Präsentationen in Zoom teilen kannst? Wie das geht, habe ich in einem meiner anderen Videos erklärt. Und hat mein Video dir gefallen? Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniere meinen Kanal, damit du mehr über Tools erfährst und nichts verpasst. Aber es geht abonniere meinen Kanal Бибel. Und dann würde ich mich überlegen. Und dann würde ich mich über die colorsachen.